Beamte des chinesischen Kulturministeriums wiesen Musik-Download-Seiten an, 100 Songs aus dem Angebot zu nehmen. Darunter auch Lady Gagas letzten Hit Judas und fünf weitere ihrer Lieder. Auch Katy Perry traf es mit ihrem Lied Last Friday Night und auch ein zwölf Jahre altes Stück der Backstreet Boys wurde verboten. Den Download-Seiten drohen nicht weiterspezifizierte Strafen, wenn sie die 100 Songs nicht innerhalb von zwei Wochen entfernen. Die Lieder seien nicht zur Distribution freigegeben worden. Laut dem Ministerium diene die Entfernung der Lieder der nationalen kulturellen Sicherheit. Das kommunistische Regime versucht, die Einfuhr von Musik, Kunst, Filmen und literarischen Werken vollständig zu kontrollieren. In der Praxis ist dies aber nicht umsetzbar. Auch solche Verbote sind wahrscheinlich wirkungslos. Denn immer mehr Chinesen verfügen über Möglichkeiten, die Internetblockade zu überwinden und die Zensur zu umgehen. Und das erlaubt ihnen, unter vielen anderen Dingen, die Musik zu hören, die sie selber hören wollen.